Ich hoffe auf zahlreiches Erscheint auch am kommenden Montag, wenn es wieder heißt, jeder bringt einen mit. Und die letzte Minute gehört natürlich wie immer den von der Presse als Nazi-Fargezug missbrauchen. Handylichter, die ihr jetzt bitte alle in die Luft streckt, damit der Frau Röhrersch ein Licht aufgeht. Wir sind das Volk! Es ist eine Schamme für etwas überhaupt, aber es sind auch die Menschen aus der Straße, die euch nicht gut gefallen sind. Deswegen, achtet, geht in Gruppen, zumindest in zehn Personen, achtet darauf, wer neben euch läuft. Ich möchte nicht, dass irgendjemandem irgendetwas passiert hier. Denn wir sind die Friedlichen. Ja, ich sage, höre die Veranstaltung für das Ende und hoffe auf den nächsten Mal. Tschüss und guten Abendmessen!